Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Drückerplatte richtig montieren und somit zum Beispiel auch von Geberit eine Betätigungsplatte austauschen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert bei den meisten Herstellern eigentlich relativ ähnlich, weswegen ich es jetzt einfach mal bei Geberit zeige. Und hier ist es so, dass man die alte Drückerplatte nach oben schieben muss. Dann kann man sie oben auch schon nach vorne hin wegkippen und das Ganze dank den Federn einfach entnehmen. Falls bei dir der Befestigungsrahmen übrigens noch relativ gut ausschaut und auch die Drückerstangen hier noch passen sollten, würde ich diese auf jeden Fall drin lassen. Falls nicht, müssen wir das Ganze natürlich demontieren. Hierfür haben wir auf der linken und auf der rechten Seite zwei solche blauen Keine. Dann kann ich auf der linken Seite das Ganze nach oben schieben, auf der rechten Seite nach unten. Und dann können wir diese weißen Haken auch schon um 90 Grad einmal nach innen umklappen und den Befestigungsrahmen ganz einfach entfernen. Darunter befindet sich normalerweise noch eine weiße Schutzplatte und die kann ich jetzt einfach mal, indem ich die zwei Haken hier oben etwas nach unten drücke, ganz einfach zu mir nach vorne herausnehmen. Wie gesagt, falls die Drückerstangen bei dir passen sollten, würde ich diese auf jeden Fall drinnen lassen. Falls nicht, kann man das ältere Modell aber auch einfach mal um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann entweder schon herausnehmen oder aber du musst es einfach komplett immer gegen den Uhrzeigersinn rausschrauben und anschließend natürlich neue einsetzen. Zur richtigen Länge von den Drückerstangen kann ich dir übrigens mal den Tipp geben, dass du am besten deine Drückerplatte vorne bei den Fliesen dagegen halten solltest. Und dann sollte die Drückerstange ca. 1 cm über die Fliesen drüber stehen. Wichtig ist auch zu sagen, dass auf jeden Fall hier hinten von der Drückerstange zum Spülkastenende noch genug Platz sein sollte, da wir das Ganze natürlich auch ordentlich durchdrücken möchten. Und nicht, dass hier hinten etwas ansteht und somit der Spülvorgang unterbrochen wird. Falls es also zu lang ist, haben wir normalerweise auch noch solche kleinen Sollbruchstellen hier. Die kann ich jetzt einfach per Hand zum Beispiel abknicken und danach einfach einmal die Drückerstange dementsprechend wieder hier hineingeben und um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, bis es Klick macht. Bei mir sollte es erst einmal grob passen, deswegen ich jetzt auch meine weiße Schutzplatte mal hier unten durch die Drückerstangen hindurch geben kann. Da muss ich darauf achten, dass hier unten zwei solche kleinen Nasen sind. Die gebe ich natürlich in das dementsprechende Gegenstück hinein und hier oben die zwei Haken mal etwas nach unten drücken, bis sie hinten auch schon einrasten. Die Schutzplatte passt, deswegen ich mal meinen Befestigungsrahmen zur Hand nehme, schaue, dass ich das Ganze einmal durch die Drückerstangen hier unten sauber einfädel. Das sollte bei mir auch auf jeden Fall passen und jetzt haben wir normalerweise auch noch zwei solchen neuen Halterungen mit dabei. Bei mir sind diese schon auf die richtige Länge in etwa gekürzt und falls sie auch zu lang sein sollten, bedeutet einfach irgendwo im Spülkasten hinten stören, hast du auch wieder solche Sollbruchstellen normalerweise dabei, wo du das Ganze einfach knicken und somit auch kürzen kannst. Danach einmal das Ganze einfach so hineingeben, dass mein Haken waagrecht Richtung Mitte zeigt, dann passt es auch hinten in die entsprechende Halterung hinein. Das selbe Spiel machen wir natürlich auf der anderen Seite auch und jetzt können wir mal schon etwas das Ganze gegen die Fliesen drücken und schauen, dass ich meinen Haken einmal links hier nach unten drücke, auf der rechten Seite um 90 Grad nach oben und wir können unseren blauen Keil auch schon mit Gefühl nach unten einmal in die entsprechenden Halterungen rein drücken, auf der rechten Seite natürlich nach oben und der Befestigungsrahmen ist auch schon bombenfest. Als nächstes die neue Drückerplatte zur Hand nehmen, hier haben wir normalerweise zwei solche Haken unten, die auch in die entsprechende Feder hineinpassen, weswegen ich das Ganze einmal schon nach oben hin kippe. Bei mir sollte es auf jeden Fall unten eingerastet sein, danach die Drückerplatte noch etwas nach oben heben und dann kann man es oben nämlich auch schon gegen die Fliesen drücken und sobald ich es loslasse, hält es dank meiner Feder jetzt auch schon dementsprechend. Mein Spülkasten läuft nicht von alleine, was ein super Zeichen dafür ist, dass die Drückerstangen nicht irgendwie zu weit draußen sind, denn sonst würde auf jeden Fall laufen, dann müsste die Drückerstangen wieder etwas weiter hineingeben und wir können auf der linken Seite auch sehen, dass ich einen super Widerstand habe und da passt die Drückerstange auf jeden Fall. Auf der rechten Seite habe ich leider noch etwas Spiel, das gefällt mir nicht so, weswegen ich einfach mal die Drückerplatte wieder herunternehme, muss dementsprechend meine Drückerstange gegen den Uhrzeigersinn lösen, etwas weiter. Rausdrehen, dann wieder um 90 Grad im Uhrzeigersinn reindrehen, bis es auch einrastet, Drückerplatte wieder drauf machen und wir können sehen, der Widerstand ist auch auf jeden Fall besser, weswegen wir jetzt so eine Drückerplatte auch schon richtig angebracht haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Drückerplatte oder auch Ersatzteile für einen Spülkasten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Also, wenn du mir gerne einen Daumen nach oben hast, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben.